Hallöchen, in diesem Video erkläre ich dir das Permutationssymbol und das Chronica Delta, welche in der Vektor- und Matrixrechnung eingesetzt werden. Schauen wir uns zuerst die Definition beider Symbole an. Das Chronica Delta, benannt nach dem deutschen Mathematiker Leopold Chronica, ist ein kleines griechisches Delta mit zwei Indizes, die bestimmte Werte annehmen können. Im dreidimensionalen Fall die Werte 1, 2 oder 3. Sind die beiden Werte gleich, dann ist das Chronica Delta mit 1 und bei der Ungleichheit mit 0 definiert. Somit wäre zum Beispiel Delta 1, 1 gleich 1 und Delta 1, 2 gleich 0 oder Delta 1, 1 mal Delta 1, 2 ebenfalls 0. Ich denke, das ist alles noch verständlich. Die Indizes können übrigens vertauscht werden, am Ergebnis wird sich nichts ändern. In der Schule haben wir meistens die Komponenten eines dreidimensionalen Vektors mit x, y und z bezeichnet. In der Indexnotation werden wir sie von nun an nummerieren, was in einer kürzeren und prägnanteren Schreibweise resultiert und einige weitere Vorteile mit sich bringt. Betrachten wir mal das Skalarprodukt zweier dreidimensionaler Vektoren, a und b. Wir multiplizieren die beiden ja Komponentenweise. Dies ist aber nichts anderes als eine Summe über ein Index i. Das wäre die Definition mittels Vektorkomponenten. Das Skalarprodukt zweier autonomierter Basisvektoren, also zwei aufeinanderstehende Vektoren mit dem Betrag 1, lässt sich mithilfe des Chronica Delta schreiben. Damit lässt sich das Skalarprodukt zweier beliebiger Vektoren auch folgendermaßen definieren. Schreiben wir die Doppelsumme des dreidimensionalen Falls aus, dann erhalten wir folgendes. Wie man sieht, sind nur drei Komponenten von insgesamt 9 ungleich 0. Das Summenzeichen erscheint dabei immer dann, wenn zwei gleiche Indizes auftauchen. Also wenden wir auf unsere Indexnotation die Summenkonvention an, indem wir einfach das Summenzeichen bei doppelt auftretenden Indizes weglassen. Bei Produkten mit den Indizes, über die summiert wird, können Vereinfachungen vorgenommen werden. Bei Delta ij mal Delta jk wird über j summiert. Der Ausdruck lässt sich vereinfachen zu Delta ik. Wenn i gleich j und j ungleich k, dann ist es klar, dass dann i ungleich k ist. aj mal Delta jk vereinfachen sich zu ak. Denn das Produkt ist nur dann nicht 0, wenn j gleich k ist. Genauso würde zum Beispiel Delta jk mal Delta ks mal Delta si sich zu Delta ji vereinfachen. Oder ajk mal Delta ik zu aji. Dabei muss man natürlich auf die richtige Notation achten. Summiert wird dann, wenn ein Index genau doppelt auftritt, und zwar auf einer Seite der Gleichung. Das wäre zum Beispiel eine richtige Notation. Diese Notation dagegen weist Fehler auf. Auf der einen Seite wird zwar summiert, auf der anderen Seite steht aber auch der Summationsindex. Das würde keinen Sinn ergeben. Schauen wir uns nun den Epsilon-Tensor an, mit dessen Hilfe die Berechnung von Determinanten und Kreuzprodukten einfach dargestellt werden kann. Benannt nach einem italienischen Mathematiker ist das Levi-Civita-Symbol folgendermaßen definiert. Plus 1 bei einer zyklischen Permutation, veranschaulicht gesagt, Rotation im Uhrzeigersinn. Minus 1 bei einer antizyklischen Permutation, also Rotation gegen den Uhrzeigersinn. Und 0 in allen anderen Fällen, zum Beispiel wenn 2 oder 3 Indizes gleich sind. Mal ein paar Beispiele. Epsilon 1, 1, 2, Epsilon 3, 1, 3 sowie Epsilon 2, 2, 2, 2 würden 0 ergeben. Epsilon 1, 2, 3 plus Epsilon 2, 1, 3 würde ebenfalls 0 ergeben. Das ist denke ich mal alles klar. Das Produkt zweier Permutationssymbole lässt sich komplett mit den Kronika-Deltas ausdrücken. Dazu schreiben wir dessen Determinante auf, die alle möglichen Kombinationen zweier Indizes mit Kronika-Deltas enthält. Wohlgemerkt sind alle Indizes bei den Epsilons unterschiedlich. Ist ein Index gleich, dann vereinfacht sich der Ausdruck. Kommen dagegen zwei gleiche Indizes in beiden Epsilons vor, dann steht da Epsilon IJK mal Epsilon IJN ist gleich 2 mal Delta KN. Denn dazu müssen wir lediglich aus der hergeleiteten Beziehung, wo nur ein Index gleich ist, jetzt den zweiten Index gleichsetzen, J gleich M. Und der letzte Fall ist, wenn auch K und N gleich sind. Das heißt, alle Indizes sind gleich. Und das ergibt 6. Das Kreuzprodukt kann in Indexnotationen wie folgt aufgeschrieben werden. Wobei I die erste, zweite oder dritte Komponente des Kreuzproduktes bezeichnet. Über den Epsilon-Tensor wird das Kreuzprodukt folgendermaßen definiert. Aber Achtung, über J und K wird summiert. Das Summenzeichen wird weggelassen. Um das Ganze besser zu verdeutlichen, schreiben wir mal die Doppelsumme aus. Die erste Komponente des Vektorproduktes ergibt folgendes. Von 9 Termen sind nur 2 ungleich 0. Dabei ist Epsilon 1, 2, 3 eine zyklische Permutation, also ist der erste Term positiv. Und Epsilon 1, 3, 2 eine antizyklische Permutation, das heißt der zweite Term ist negativ. Analog geht man mit der zweiten und dritten Komponente vor und erhält das Kreuzprodukt. Mit dem Epsilon-Tensor lässt sich leicht bei Spartprodukt zeigen, dass B Kreuz C mal A das gleiche ist wie A Kreuz B mal C und C Kreuz A mal B. Dabei muss dir eine Sache auffallen und zwar die zyklische Permutation der Vektoren A, B und C. Versehen wir sowohl das Kreuzprodukt als auch den Vektor mit einem Index I. Der Index ist gleich, da wir ja das Skalarprodukt haben. Es wird also komponentenweise multipliziert. Erste Komponente mal die erste Komponente, zweite Komponente mal die zweite Komponente und so weiter. Deshalb der gleiche Index. Wir haben außerdem vorher gelernt, dass das Kreuzprodukt sich mit Hilfe des Epsilon-Tensors darstellen lässt. Nutzen wir die Tatsache aus. Jetzt sind es alles reine Zahlen und es gelten übliche Rechengesetze, unter anderem das Kommutativgesetz. Packen wir das Permutationssymbol an den Anfang des Terms. Jetzt rotieren wir mal die Indizes und zwar zyklisch. Wir wollen ja, dass sich das Vorzeichen nicht verändert und das Ergebnis gleich bleibt. Erste mögliche zyklische Permutation sieht folgendermaßen aus. Und die andere zyklische Permutation ist Epsilon-J-K-I. Würden wir nochmal Indizes rotieren, kämen wir zum Anfangszustand, Epsilon-I-J-K. Da es jetzt reine Zahlen sind, können wir Klammern setzen und vertauschen so viel wir wollen. Und das machen wir auch. Würden wir jetzt die Terme ohne Livi-Civita-Symbol schreiben, würden wir auf unsere Behauptung kommen. So, genug davon. Bis zum nächsten Mal.